Da kann ich ein ganzes Magazin drauf schießen. Was soll denn der Scheiß? Mann, 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 Mann. Tja, vielleicht hätte ich das Auto doch nicht schrotten sollen, ne? So, mal gucken. Ach, kann ich da eigentlich auch? Fällt mir gerade ein. Hm, das weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, das geht wohl nicht. Oh. Oh. Das wäre fast wieder in die Hose gegangen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sehe den kaum und der sieht mich. Okay. Nächster Versuch. Wie viele Schüsse brauchen die eigentlich? Eine Fresse. Schrotflinte will ich nicht. Die will ich. Ah, nee. Schild. Maximale Panzerung. Oh, Mann. Ich kann mit meinen Leistungen nicht zufrieden sein. So. Da war nur Schrot. Nee, da ist ja Präzisionsgewehr. Dat will ich. Dat will ich. Schrotflinte. Maximales Tempo. Okay. Schrotflinte. Lass mal tachen. Schadenfeld aktiviert. Nochmal schauen. Dann bringen die Garten in Sicherheit. Okay. Bisher habe ich kläglich versagt. Und ich hoffe, das wird besser. So. Was ist denn hier? Okay. Ja. Guck mal, ob wir da hinten auch vordringen können. Oh Mann. Warum sterben die? Ey. Das ist eine Granate, Mensch. Guck mal, ob wir da hochkommen. Zack. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Das war schon mal nix. Nochmal, zack, 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 zack. Vielleicht habe ich es geschafft. Zack. Doch nicht. Sag nicht, da komme ich nicht hoch. Oh, hier liegt viele rum. Nehmen, nehmen, nehmen. Ja, du verweckst natürlich nicht, ne? Nein, wie viel Munition soll ich denn noch in dich reinjagen? So. Am liebsten wären wir, wenn die von da kommen noch. Hätte ich leichtes Spiel. So. Okay. Raketenwerfer. Den kann man auch benutzen. Beziehungsweise gut gebrauchen. Allerdings nicht jetzt. So. Mal auf die Karte gucken. Energie kritisch. Maximale Beispiele. So, okay. Munition haben wir voll. Dann steigen wir mal hier ein. F1, wieder die Außenansicht. Wir fahren mal weiter. Schauen wir, wie der Weg uns hinführt. Hm.